Was suche ich denn hier? Ich wollte was zu essen haben. Nehmen wir Trorten mit? Naja, komm. Bestimmt lecker. Hier können wir gleich kochen. Wo ist es jetzt hin? Da, Fischi. Da. Oh je, eine alte Schlüssel. Wo kommt die denn her? Ach, die kommt jetzt aus dem... Kann ich das Fleisch eigentlich auch kos-kos-kos-kos-pontieren? Können Sie sich mal bitte kosmopolitisieren? Nein, das geht nicht. Warum? Der Kuchen geht aber, ne? Ja, natürlich. Toll. Aber verrottetes Fleisch. Das ist doch Kompost schon. Hier. Kann ich das da? Hier. So. Arschloch. Jetzt ist es wieder in der Hand. Hallo. Ich muss mal einen Weiten werfen. Und schnell wegrennen. Bevor es mir wieder hinterherläuft. Ist wie wenn du den Kühlschrank aufmachst. Oh, der Joghurt hat mit mir geredet. Äh, scheiß Dreck. Vielleicht finden wir auch nochmal ein Pferd. Dann sollte ich nochmal einen Sattel mitnehmen. Oder nach Hause reiten. Ich glaube, den hätte ich in der Abenteuerkiste. Ja. Natürlich nehmen wir den mit. Zur Sicherheit. Ein Schwert ausrüsten. Zur Sicherheit. Oh, und die Zauberangel lassen wir natürlich hier. Bevor ich die verliere, da würde ich ausrasten. Also ich kann alles verlieren, nur die Angel. Die ist mir heilig. Die ist super. So, haben wir alles? Wahrscheinlich nicht. Egal. So. Oh, da wird sogar angezeigt. Gedonnener. Cool. Ah, Pferdchen. Ja, ja, ja. Also noch sein Pferd nachweinen ist ja auch so ein LP-Ding, ne? Oh, mein Pferd. Ich bin so traurig. Aber nee, man hat schon eine Verbindung. Ich glaube, das ist normal. Das haben wir alle. Wer nicht, sollte mal eine Katze kriegen. Zangsweise. Zangsverschrieben. Auf Rezept. Nee, das funktioniert super. Wenn du die dann aufziehst und aufziehen musst, dann kannst du dich nur vor nichts anderes als dich verlieben. Und ein Herz zeigen für dein Tierchen. Und dann bringt die Katze uns bei, wie der Hase läuft. Also wie gesagt, nichts gegen Hunde, aber Hunde können das nicht. Die bringen uns ja nichts bei. Denen müssen wir ja alles beibringen. Also Hunde sind auch toll und super treu und Rudel und toll, 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 toll. Aber die bringen einem halt nicht das bei, was die Katzen noch drauf haben. Oder was meint ihr? Ist die Idee jetzt so abwegig? Oder soll ich lieber doch nicht in die Politik? Kann man Kühe eigentlich auch reiten? Wahrscheinlich mittlerweile, oder? Mu, mu. Mu, mu. 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 Geht nicht. Da ist ein Pferd. Wir haben ein neues Pferd. Alles klar. Ich hätte aber gerne eine andere Farbe. Kann ich nicht umlackieren? Du bist das Einzige hier, ne? Und die Musik ist so als Zeichen, ne? So hier, das ist dein Pferd. Ja gut, dann ist das mein Pferd. Bist du doch ganz allein hier. Zack. Ne. Muss ich dich vorher füttern? Nein. Wie ging das denn? Brauche ich jetzt Heu? Bitte nicht. Ich glaube, ich brauchte Heu, ne? Oder brauchte ich Gras? Oh nein. Jetzt muss ich wieder nach Hause laufen. Heu holen. Fuck. Ne, ich hab grad nochmal geguckt. Naja, ich hab das ja letztens auch nur so gezähmt. Bist du schon gezähmt? Ne, hat mich abgeworfen. Und wenn man zwittert, dann ist es die Wahrscheinlichkeit höher. Dass es einem nicht hier den Abgrund runterwirft. Wage dich. Ja, haha, danke. So, und jetzt kriegst du einen Sattel am Kopf. Kann ich das hier im Flug machen? Ja, komm. Und los geht's. Wunderbar. Ach, wie schön. Wie nennen wir es? Gut, dass wir Name-Tags noch geangelt haben. Guck mal, wie sich alles fügt. Ich bin völlig planlos rangegangen und dachte, ach, Angeln ist ja jetzt irgendwie voll albern. Aber, nee. Es sollte so sein. Das war völlig ungeplant. Finde ich, dort finde ich toll. Ach du schon, was ist denn für ein Gelände hier? Egal, gehen wir jetzt mal gucken. Wir wollten ja erforschen. Diesmal haben wir die Karte dabei. Oh, dass man hier nach unten nichts sieht. Ich hab so ein bisschen Bammel, dass mir das Pferd direkt in die Wicken geht, ne? Ja, wo war ich beim Thema stehen geblieben? War ich hier nicht schon mal? Ist hier nicht das andere Pferd verreckt? Mhm. Irgendwie sieht in Minecraft auch immer alles gleich aus, ne? Nein, tut's nicht. Was war denn das Thema? Katzen. Ah, wir müssen Katzen finden. Wie zählt man Katzen? Das weiß ich gar nicht. Und es gibt ja auch Füchse mittlerweile, hab ich gesehen. Und ganz unten. Oh, ich will einen Fuchs hier haben. Und eine Katze. Also Katze als erstes. Katze für alle. Das sind andere Rosen. Die nehmen uns aber mit. Kann ich die? Oh, ich kann vom Pferd aus sammeln. Geil. Aha. Aha. Ih, die sind rosa. Ich mag rosa nicht. Gelb. Gelb hat mal alles aufgebraucht. Letztens, weil ich doof war. Aha. Nicht auch Fressenpferdchen. Die stehen ja auch auf so'n Zeug. Die fressen, da ändert ja alles aus der Hand. Da kennen die ja nix. Katzen für alle. Was meint ihr? Sagt mal. Geh ich dann nachher doch noch in die Politik, was? YouTube-Star geht in die Politik. Nee, ich will gar kein. Ich will kein YouTube-Star sein. Das ist so abwertend. Weißt du? Das ist doch auch nix, oder? Ist das ein Traumberuf? Ist das euer Traumberuf? Weiß nicht. Es wird ja immer behauptet, Kinder würden ja jetzt sagen, sie würden gerne Fame sein. Wie armselig ist das denn? Ihr Spinner, ey. Und dann rappen sie sich ein. Oder mit YouTube. Alter, wenn das der Ansatz. Also wenn ich jetzt hier angefangen hätte und hätte gesagt, ja, ich mach das nur, um jetzt nochmal richtig geil Fame zu... Guck mal. Das ist ja einfach nicht mit hervorkommen. Ja, ein bisschen schon, ne? Ich glaub, deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das hier irgendwie größer als zehn Zuschauer wird, oder oder hundert, oder keine Ahnung. Ne, hundert kann ich mir schon vorstellen. Ich glaub, tausend ist irgendwo noch... Da fängt's an zu knispeln und alles, was darüber hinaus ist, ist unvorstellbar riesig. Keine Ahnung. Nur mal um eine Zahl gesagt zu haben. Esel? Ach ja, die gab's mit den Pferden. Was könnt ihr denn so außer dumm rumstehen? Ja, mein... Er schlägt schon aus. Oh, ich brauch noch. Er droht mir. Jetzt watschelt der Typ hier schon wieder. Ist jetzt hier auch Klassentreffen, oder wat? Kennt ihr euch? Ist das deine Frau? Entschuldigung. Aha. Alles klar. Nehm, äh... Warte mal, was hast du? Willst du ne Wolle Rose kaufen? Gibt's die Leute noch in der Stadt? Ich war lange nicht mehr in der Stadt. Aber die gibt's bestimmt noch, ne? Die gibt's über... Tatsache. Ah, nee. Ach, ich. Ne, du brauchst... Kugelfischeimer? Warum sollte ich den Kugelfisch in den Eimer packen? Oh, da warb's was Neues, ne? Das könnte ich sogar machen. Wisschen konnte man das nochmal machen? Schnell weg, der geht mir auf den Sack. Ja, Fame. Schlag gleich das im Kopf. Du wirst nicht Fame, weil du Fame sein willst. Genauso wenig, wie du cool willst, weil du cool... Weil du sagst, du wärst cool. Das ist genauso, wie du kein König bist, wenn du sagst, ich bin jetzt aber König. Funktioniert nicht. Achso, so komm ich gar nicht ins Dingsmenü. Warte mal, ich wollte mir jetzt einen Kugelfisch in den Eimer packen. Muss ich das hier so machen? Hä? Könnte mal einer erklären? Also, warte mal, das packe ich mir mal hier hin, um mir das zu merken. Das muss ich rausfinden. So, nicht wegrennen. Äh, Pferdchen. Hallo? Äh... 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 Wo ist mein Pferd hin? Hallo? Hallo? Ich hör's wieder und es ist wieder weg. Nein. Ist das jetzt wahr? Ey, das ist doch jetzt... Wieso lösen sich die Pferde hier auf? Ist das da hinten? Nicht, dass ich irgendwann eine Stelle finde oder sind dann zehn Pferde von mir? Da sind Pferde. Oh, da ist bestimmt meins dabei. Da ist da hingegangen, weil andere sind. Ne, wo ist mein Pferd? Oh, die haben ein kleines. Was machst du denn mit dem... Da läufst du noch. Ja, ja. So recht. Unglaublich. Was man hier ansehen muss. Wo ist mein Pferdchen mit dem Sattel hin? Hallo? Das gibt's doch nicht. Das hat sich einfach aufgelöst. Das finde ich jetzt... Das finde ich gemein. Ne, da cheat ich mir ins Sattel jetzt und nimm da hier ein Pferdchen mit. Ne, da ist es. Ne, da ist ein Esel. Hast du mein Pferd gesehen? Hat der mein Pferd? Da war... Okay, also ne. Da ziehe ich nicht ein. Ich bin nur einmal kurz abgestiegen und dann ist das weg. Wie passiert das denn? Das darf doch nicht passieren. Das kann doch nicht angehen. Wo kommen wir denn da hin? Es hat hier gestanden. Und dann ist es... Und dann bin ich hier abgesprungen. Und dann habe ich hier kurz reingeguckt. Und dann ist es... Irgendwohin geflogen. Der Baum sieht ja abgefahren aus. Oh, zum Glück haben wir da hinten ja ein paar neue. Das gibt's doch gar nicht. Ne, ist weg. So schnell kannst du auch nicht rennen, oder? Oder ist das da hinten auf dem... Hallo? Schweine. Schweine. Oh, Schweine. Ne, ist weg. Lamas. Wer will Lamas? Was können Lamas? Kann ich die scheren? Warte mal. Hier. Hört mal aus. Komm mal her. Kann ich den Esel... Was machen die Tiere? Was hat der Esel davor? Oh. Oh, wurde eiskalt überrannt. Oh, Entschuldigung. Nein. Wollte ich nicht. Entschuldigung. Nein, geht nicht. Entschuldigung. Ne, war... Nicht spucken, bitte. Wo ist mein Pferd? Egal, ich... Nö. Dann machen wir das so. Ich muss noch raussuchen, wie der Code oder wie das... Wie der hieß für ein Sattel. So, ich muss direkt ein neues Pferd. Ich fass das nicht. Das kann doch nicht sein, dass das so schnell weggerannt ist. Das hat sich einfach aufgelöst wie das andere. Ist das ein Bug? Das ist ja sau dämlich. Jetzt reg' ich mich seit fünf Minuten darüber auf, ne? Hilft ja nix. Oh, hier ist ein Farbübergang. Das ist ja cool. Hab' ich auch so noch nie gesehen. Schön. Nicht du. Deine perversen Kollegen. Ich muss das kühl. Komm, gib Schnitzel. Gebraten. Hab Hunger. Die haben's verdient. Nee. Ja. Nee, tut mir leid. Muss ich euch demnächst hier... Nein, du bleibst mit deinem Fohlen. In dem Fall... Oh, hier den mit dem... Nee, der hier wie das andere. Das Gefleckte. Obwohl ich das auch ganz schön finde. Nee, er sieht so dreckig aus. Das hätt' ich gern. Nächstes Mal. Ne? Oh ja. Hast mich lieb. Soll ich dich schon mal zähmen? Äh... Warum... Was machst du mit mir? Hallo? Was macht das dich mit mir? Sind Pferde so? Steht das jetzt auf mir drauf? Nee, das war jetzt das. Nee, ja. Ich sag das schon hinterher. Ja, ja. Du bist ganz blöder. Komm her. Nee, nee. Komm. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ah ja. Ja, jetzt haben wir dich. Jetzt darf ich hier auch drauf sitzen. Ich kann dich nur nicht reiten ohne Sattel, oder? Oder doch? Nee. Scheiße, du brauchst einen Sattel. Kann ich mir einen Sattel bauen? Ich hab ja Leder gesammelt. Nee, kann man glaub ich nicht. Das ist auch komisch, dass wir das nicht eingebaut haben, dass man einen Sattel nicht bauen kann. Egal. Ich mach ne Pause. Ich... Also, ne? Und dann geht das nächste Mal hier weiter mit Erkundungstour, weil... Was war der Grund? Muss ich mir merken. Wir brauchen... Warte, ne. Die schreibt mir dann einfach mal auf. Wir brauchen eigentlich... Oh, hallo. Eigentlich brauchen wir Eisen. Und dann Erkundung. Schleim. Pferd haben wir jetzt schon. Was war noch? Und... Eisen für Schieden, muss man dazu schreiben. Was heißt wir? Ich... Ihr merkt euch das ja sowieso. Alles aus dem FF. Ich vergesse mal. Schleim suchen und irgendwas sollte ich noch suchen. Ne, eigentlich nur das Pferd, ne? Katzen. Katzen für Weltfrieden. Fried. N. Binde Strich N. Ja, Katzen, ganz wichtig. Und ein Fuchs. Und. Fuchs. Fuchs. Und rauskriegen wir mal einen Fuchs zähmt. Einen Fuchs, den ich unbedingt habe. Aber dafür brauchen wir Schleim. Dann kriegen wir die alle gar nicht mit. Und die meinen Katzen zähmt habe ich auch vergessen. Mit einem Wollknäuel. Oder gar nicht. Die zähmen mich. Müssen sie ja irgendwie. Egal. Bis später. Sag ich mal. Beobachten. Den Ausklang. Wie das kleine Fohlen sich die Sohlen beknabbert. Weil es hat Fußpelz. Es hat auch. Ne, es hat schon Socken an. Aber die gehen gleich aus und dann ab ins Bett. Willst du jetzt. Warum rennst du denn auf mich so? Habe ich jetzt deine Mama? Ne. Ja. Ach, da hast du gar keine Augen. Das ist blind. Und das blinde, arme Fohlen wurde dann am Tage erlöst. Was war das denn? Kann ich das nicht angreifen? Ach. Das ist sehr interessant. Ich habe das gerade anvisiert und ich wollte auf Spaß den Bogen spannen. Ich wollte nicht abdrücken. Aber dann dreht das durch und das geht gar nicht. Oh, und wir brennen hier. Nein. Das wollte ich nicht. Wasser, Wasser, Wasser. Entschuldigung. Nein. Aber gut, zwei Herzen. Aber das ist ja interessant. Du kannst die Kinder nicht töten. Also, das ist ja, finde ich gut. Geht das auch mal? Ich bin ja versucht. Wahrscheinlich geht das nicht. Aber ich will es auch nicht probieren. Aber ich will wissen, ob sie da eine Sperre reingebaut. Geh mal weiter weg. Das ging auch. Geh mal weiter weg jetzt. Geh weiter weg. Geh. Geh doch mal weiter weg. Ich will von dem Pferd hier nicht runter. Von meinem hohen Rost komme ich hier nicht runter. Du bist blind, ich weiß. Aber wenn ich jetzt einmal zuschlage, bist du fort. Ich glaube, das geht nicht. Da ist eine Kindersicherung drin. Im wahrsten Sinne. Geh mal ein paar Meter. Ja. Das ist so scheiße neugierig. Wollten wir nicht Ende machen? Ich glaube, ne? Ist ja schon. Komm. Machen wir jetzt. Okay, man kann doch drauf machen. Entschuldigung. Also gut, mit dem Bogen geht es nicht. Musste ich doch wissen.